Die Zutaten Der Nährstoffgehalt pro Glas 300 Gramm Gewürz Spekulatius in die Rührschüssel geben und bei Stufe 8 20 Sekunden lang fein zerkleinern. 100 Gramm Butter hinzufügen 3 Minuten lang bei 75 Grad und Stufe 1 schmelzen lassen. So soll es aussehen. Die Spekulatius-Krümmel zu der geschmolzenen Butter hinzugeben. 300 Gramm gezuckerte Kondensmilch dazugeben. Prise Salz und halben Teelöffel Zimt dazugeben. Nun bei Stufe 5 und 0 Grad alles 45 Sekunden lang vermischen. Deckel öffnen und fertig. Du bist in der Nähe des Zutaten. 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 Bis zum nächsten Mal.